Wir wussten, was wir von Maxi kriegen, das ist nicht spektakulär, aber wir kriegen sehr viel Physis, sehr viel läuferische Inhalte über den ganzen Platz. Auch fußballerische Inhalte. Er ist mutig nach vorne und hat trotzdem eine gute Absicherung. Und trotzdem gibt es so ein paar Punkte, wo wir auch im Defensivverbund noch mit ihm arbeiten müssen, dass er noch weiter in unsere Idee reinfindet. Aber grundsätzlich war das ja ordentlich und das, was ich auch von ihm erwartet habe mit knapp 100 Zweitligaspielen im Gepäck. Vielen Dank für's Zuschauen.